Hi meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und heute gibt es ein ganz cooles, besonderes Video und ja, natürlich hoffe ich, dass es euch allen gut geht und ihr jetzt gerade Bock auf dieses Video habt, Bock auf Entspannung und ja, vorab, wie gefällt euch meine neue Tischdeko? Die ist nämlich self-made, habe ich selbst gemacht und zwar ist das so ein kleines, leuchtendes Mickey Mouse Licht, was ich aus Draht gemacht habe und dann halt eben so Chris Baumgoogeln da auf die Holzplatte mit draufgeklebt habe und natürlich auch eine Lichtagette, sonst würde es ja nicht leuchten. Ich finde es total, total schön und auf Instagram habe ich das auch gepostet vom näheren, wie es aussieht, wen es interessiert, schaut in der Infobox an meinen Socials vorbei, alle verlinkt. Auch meine Amazon Wishlist, natürlich für die Videos und auch die private. Für Unterstützung ist auch einmal mein Paypal-Link drin. Ich freue mich natürlich über jede einzelne Unterstützung. Allein einen Daumen nach oben und ein Abo auf diesen Kanal reicht vollkommen aus, um mir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Denn ich habe gesehen, dass immer noch 63% meiner Zuschauer ohne Abo meine Videos schauen und ich würde mich total riesig freuen, wenn ihr einfach diesen Kanal abonniert. Das würde mich mega, mega unterstützen. Und wettertechnisch sieht es bei uns heute wieder sehr nach Schnee aus. Es schneit schon wieder und es hat auch die ganze Nacht geschneit und es ist auf jeden Fall immer mehr, immer mehr. Ja, ich werde euch jetzt aber auch gar nicht weiter vorlabern. Heute habe ich hier eine total coole Packung gefunden. Mit Latexhandschuhen in verschiedenen Farben, also schwarz, black, black, white, 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 white. Rot. Und blau. Ja. Die sind in der Größe SM. Und damit machen wir heute ein paar Glove Sounds, logischerweise. Und logischerweise möchte ich einmal alle Farben ausprobieren, auch wenn es halt dasselbe Material ist und legit dieselben Geräusche dann. Ich werde es trotzdem einfach ausprobieren. Einfach weil die Farben so cool sind, diese Farbauswahl. Ich meine, wir hatten schon rote Handschuhe. Like, woher? Ja. Es steht auf jeden Fall, ja. Einmal an Schuhe bunt aus Natur Latex. Puderfrei. 50 Stück. Öffnung auf der Rückseite. Und hier macht man die Guten dann auf und mopst sich dann die Handschuhe da raus. Da sind sie jetzt, unsere Farben. Und, ähm, ich weiß nicht, äh, ich würde sagen, wir starten einfach von rechts nach links. Mit Schwarz. Wenn sie rauskommen. Ich hab die ganze Packung kaputt gemacht. Egal, ich hab meine Handschuhe. Einfach die ganze Packung zerrissen. Boah Leute, die riechen so nach Zahnarzt, wenn die da in deinem Mund rumfummeln. Ich fühle mich gerade, als wäre ich beim Kieferorthopäden. Der da gerade irgendwas für meine Zahnspange macht. Also, ich hab schon lange keine mehr, aber ich hatte mal eine. Über die Kieferküche und die Fahnspange haben. Durch jeden Fall. In der Kieferküche. Und diese deinen Kieferküche geben. Wie ist die Kieferküche. Aus dass ich meine ersten Kieferküche angekommen. Ich habe mir super, dass ich die Kieferküche angekommen bin. Um, das eher zu kieferküche. Und das war sicher. Was ist meine sehr, 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 sehr oder so cool. Ich habe die Kieferküche. Um, das war ich hier. Ich habe auch diese Kieferküche. Ich habe sehr, 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 sehr viel. Okay. so Das war's für heute. Ich habe mich sehr gut gemacht. Die kriege ich so viel wieder aus. Okay, machen wir weiter mit Roach. Ich bin sehr gespannt, dass ich eine Farbe habe. Die riechen nach Luftballon. Ich finde, die roten sind aber von der Textur anders als die schwarzen. Die riechen nach Luftballon. Die riechen nach Luftballon. Die riechen nach Luftballon. Die riechen nach Luftballon. Aufnehmung. Vonваhmung. Siegen nach Luftballon. Die riechen nach Luftballon. Ich Choaren die Luftballon ile auf." Also, meiner Meinung nach sehen die Roten ja schon echt fancy aus. Okay, ich will blau oder türkis. Ich habe mir die Pappungs wieder gerissen. Also, die Farbe ist auch echt fancy, ist ein richtiges Schnabeltierpetrol, wie bei Perry. Okay. 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 ... ... ... ... ... ... so Tickle, 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 tickle. Langsam plagt mich der Hunger nach Mittagessen. Tickle, 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 tickle. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, welches eure Lieblingsfarbe von den Orangschuhen war. Ich habe nämlich jetzt echt Hunger und ja, wir lassen daher die heißen Basic-Handschuhe für heute weg. Ich meine, es ist sowieso dasselbe, nur eine andere Farbe. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und ihr natürlich entspannen oder sogar einschlafen konntet. Und dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne gute Nacht, einen guten Schlaf oder einen schönen Tag noch. Ciao, ciao.